Rheinland-Pfalz hat darum gebeten, über die Frage der Zustimmung zum Gesetz durch Aufruf der Länder abzustimmen. Ich bitte Sie deshalb, die Länder aufzurufen. Ich rufe auf Baden-Württemberg. Ja. Bayern. Ja. Berlin. Nein. Brandenburg. Bremen. Nein. Hamburg. Nein. Hessen. Ja. Mecklenburg-Vorpommern. Nein. Niedersachsen. Ja. Nordrhein-Westfalen. Ja. Rheinland-Pfalz. Nein. Saarland. Nein. Sachsen. Ja. Sachsen-Anhalt. Enthalt. Schleswig-Holstein. Ja. Thüringen. Enthalt. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass der Bundesrat damit dem Gesetz zugestimmt hat. Vielen Dank.